Ich hatte diese Fakes Es genau so wie die Fake YouTuber Genauso schrecklich Alter Komm jetzt bleib die Hyper-Beatrinne Bitte. Ey, dass er sich null bewegt. Wirklich jetzt? Mann, beweg dich doch mal. Mach doch mal was. Komm schon. Mach doch mal einen Wackler. Bitte. Als wäre der zu steiner Start. Als hätte der irgend so ein Kaugubi da neben dran. An jedem einzelnen Hyper-Roll. Jetzt aber Wackler, komm. Pizza. Das ist doch nicht wahr. Als ob. Okay. Probier ich halt. Komm. Luxus Ball. Der ist schön geräumig. Da ist ganz viel. Da ist ne Coach drin. Und Flachbildfernseher. Will er nicht? Okay. Dann. Ich hab so leichte... Pokémon Smaragd Vibes. Ganz leichte. Bitte. Bleib in einem verfickten... Als ob. Warum fucking die fucking Hyper-Bälle nicht? Als wäre er irgendwie... Keine Ahnung. Kaugummi davor. Völlig versifft. Ja. Jetzt aber. Los. Eins. Zwei. Drei. Was ist das denn? Oh mein Gott. Was ist geschehen? Du Wichser. Spie... Du wirst diesen Tag morgen nicht mehr erleben Junge. Ich sag es dir. Du wirst nie wieder in deinem Leben glücklich werden. Wenn du jetzt nicht in fucking... Hyper-Ball drin bleibst. Ich sag es dir. Bleib drin. Diese Qual. Wie denn bin ich jetzt schon zu Tode triggert? Du wirst nicht mehr glücklich werden. Willst du das? Ja? Ich hab ganz viel Fleisch für dich. Komm. Steinbörger. Alter. Tu das bitte nicht. Okay. Ähm. Nächsten Monat kommt die PS5 raus. Schenke ich dir. Gratis. Kannst du gerne haben. Ähm. Was zum Teufel? Okay. Xbox Series X. Komm. Komm, wie willst du? Nicht mal die. Dann kriegst du halt beide. Und noch ne Switch obendrauf. Gut. Dann halt Nutella. Bevor sie verschlechtert wurde. Noch nicht mal die. Noch nicht mal die. Du kriegst von mir den krassesten Gaming-PC. Wenn du jetzt in diesem Time-Up-Ball drin bleibst. Dich mal den, Willa. Dann... Weck mich halt. Nicht mal das, Willa. Da spiel ich dir doch glatt ne traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Nein, ernsthaft jetzt. Schon klar. Das ist wirklich die kleinste Violine der Welt. Siehst du? Verschwinden sie! Oh nein! Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. vor Ook'n noch irgendwas Schlimmes läuft. Jetzt weiß ich, warum dich niemand mag, Regirock, von den Golems, warum dich keiner mag, wenn du abgünstig Kacke bist, Alter. Komm runter, ist das ein Kinderspiel, komm runter. Jetzt aber. Bitte töte mich. Erst willst du gar nichts haben, dann stirbst du und jetzt willst du nicht mal reingehen. Ich würde hier noch zum Indianer. Das könnte eine längere Geschichte werden. Ich empfehle euch, holt euch einen Burger, Pommes, Bier. Vorausgesagt, ihr seid 18 oder 16. Was ist denn das denn? Ich kann nicht mehr sprechen hier. Ey, wir haben 24 Minuten drauf und der macht einfach nichts. Wow. Yes. Du. So. Meine Fris. Ey. Was für ein Abfuck. Ich lass dich für irgendwann in der Box. Oh Gott, ich hab nur noch einen Timerball. Machst du jetzt deinem Freund nach, ja? Offenbar. Hm. Logisch. Hm. 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 Bitte du das nicht. Tu mir das nicht an. Hm. 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 Hast du denn doch nicht... Ah. Hamm. Haben die was gemacht? Hm. Hm. Es war ja so klar, ne? Es war so... klar. Sofern Registier reingeht. Komm, ich hab paralysiert. Warum... Greif die Paralyse null. Was ist denn mit dir los? Jetzt aber! Es läuft besser! Was? Als ob... Toll, und jetzt? Oh, Mann! Das... Fängt ja schon mal gut an! Ich schmeiß dich aus dem Spiel raus! Ich sag's dir! Komm endlich klar auf dein Leben! Ich will dich doch nur paralysieren! Fünfte Runde! Mein Leben ist doch scheiße! Ja! Wenn du den jetzt auch noch einfrierst! Ich sag's dir! Ich hab dich immer geliebt! Regier ist! Aber jetzt! Ab jetzt! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Du hässiger kleiner... Tu mir das nicht an! Du... ... 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